Hallo, hier ist Hans Fauser von den Osterhalb Lamas. Bei der Zeit von dem Video, ich habe mich lange nicht gemeldet. Aber wir haben auch was Neues. Ich möchte euch mal kurz zeigen hier. Ich schreibe mal kurz um. Oh, die schwingt die Kamera. Könnt ihr sehen hier, wir haben neues Fohle. Ja, wir haben neue Fohle. Hier in Lama-Fohle wurde gestern geboren, ein Tag. Wir haben einige Fohle, Lamas und Alpaka-Fohlen. Mehr Fotos sind noch auf unserer Homepage www.lama-alpaka-training.de. Einige Fohle geben wir ab dem Alter von sechs Monaten. Wenn ihr mehr sehen möchtet, kurz anrufen, vorbeikommen, gar kein Problem. Bis dann, ciao, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.